ja liebe leute herzlich willkommen zurück zu let's play stop elite 4 machen wir weiter die wissen ungefähr wo wir sind scheiße sind seine wenn der jetzt ungefähr weiß wo wir sind dann kann er nicht wo ist denn der ich habe jetzt zwei von vier also das heißt wir müssen dahin ja Hä? Ich schätze. Ja, fällt mir eine Überraschung, dass ich weg bin. Ich schätze. So. So, den LKW machen wir mal kurz mal eben noch kleiner als... ...die weiß nicht, woher wir sind. Scheiße. Die vergessen. Ich schätze. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Jetzt müssen wir natürlich gucken, dass wir den noch da weggeholt bekommen, der da so ein bisschen rumschleicht. So, der ist leise. Schauen wir mal, wie ist der hier drin? So, der ist leise. 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 haben ja die war da eben mal und die poliert haben jetzt kann ich natürlich nicht holen dazu müssen wir wieder mal den rücken zudrehen so kann ich es machen so kann ich das machen ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Scheiße Genau oben auf den Jetzt hab ich nicht So down Ich hab hier mal kurz aufgeräumt Oder auch nicht Da kommt nämlich noch einer So Das war Nummer 3 im Bunde Wenn ich diese Mission durch hab, dann gehen wir auf jeden Fall in den Koop In der nächsten Folge Scheiße, ich kann nicht versuchen Und tschüss So, jetzt ist der letzte hier noch, ne? Dann haben wir's geschafft Na gut, dann sucht jetzt einer noch Die wissen ja eh, dass wir hier sind Das ist der letzte, der jetzt auch fehlt Dann haben wir alle Und dann haben wir's geschafft, dann müssen wir hier Und dann haben wir's geschafft, dann haben wir's geschafft Okay Okay Geh, 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 Geh! Geh, 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 Geh! Geh, 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 Geh! Geh, Geh, Geh! So, ist mal gut im Schacht. Nochmal 2 von 3. Jetzt riecht ihr eine Kamera weg. Wo sind die letzte noch? Jetzt können wir die gerade... Jetzt muss ich wissen, wo die letzte ist. Hier oben, oder was? Ach Gott, hier oben ist noch ein Ziel. Schmidt töten. In der Stadt hier, oder was? Warte mal. Wir haben Gott sei Dank keine Gegner mehr. Die kamen alle irgendwann aufeinander zu uns an. So, ich so tippe ich gerade mal komplett. Ich habe ja ein bisschen Luft jetzt gerade. Warte. 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 weniger wenn man ja noch 36 neue nummer 8 ich muss sich jetzt weg selber getroffen den haben wir getroffen, nein haben wir nicht jetzt gehen wir in den Sack noch 2, 3, 4, 5, 6 müsste es jetzt sein wenn ich es richtig im Kopf habe ja, schüsse 5 ja, noch 4, schulde noch 3 noch 2 so, jetzt brauche ich noch 1 hör mal Kollege ist aber überhaupt nicht lustig wenn du mich jetzt die ganze Zeit mit dem Dings angreifst so, dann müssen sie alle durch sein jetzt habe ich das jetzt habe ich das passt das oder kommt da jetzt einer ich bitte, naja super die wissen nicht, dass ich hier sitze also zur Ziemlichkeit herzig wenig ich brauche eine Munitionskiste auf jeden Fall mal ich brauche eine Kamera und Schmidt dann habe ich sie alle also Das war's für heute. Das war's für heute. Das sind die Kameras zerlegt. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's für eine Mission, Alter. Normale Gegner besiegt vor allen Dingen. Das war's für heute. Da will ich keine Gegner mehr, glaube ich, haben. Das war's für heute. Das war's für heute. Alle Gegner, alle Kameras, alles gefunden, liebe Leute. Boah, Gott sei Dank haben wir das geschafft. Gut. Gut. Optionale Ziele haben wir alle geschafft und die Herausforderung haben wir nicht gepackt, aber wir haben es alles geschafft. 38 gilt, 22 gilt. 8 Kopftreffer, genau. Ich könnte 79 Prozent, also soweit haben wir eigentlich jetzt gemacht. Und wir haben eine Stunde 14 gesessen, um diese erste Mission zu machen. Deswegen sitzen sie zusammen. So, und ich denke, die zweite Mission machen wir dann mit dem guten René zusammen. Bis dahin und auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.